Das hat geklappt! Auf zur Tür! Los! Tür? Na, hier scheint Tür jedenfalls gerade nicht zu sein. Er muss hier irgendwo sein. Diese Mine ist riesig. Artaeus, bei was genau willst du Odin aufhalten? Du sprichst, als kennst du seinen Plan. Den kenne ich nicht, weshalb sind wir... Aram! Brüner! Mit dem Fimbul-Winter-Einbruch und Ragnarök vor der Tür wird Odin zu allem entschlossen sein. Was auch immer er planen mag, es wird sicher niemand außer ihm selbst davon profitieren. Ganz genau! Geil! 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 Da ist noch eine Tür. Vielleicht ist er dort. Da ist noch eine Tür. Da oben links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wollte Thiel fliehen? Gehen wir nach. Vielleicht kannst du diese Räder benutzen. Gehen wir nach. 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 Ja, noch Bitsi! Der Aufzug sollte jetzt voll im Betrieb sein. Fast geschafft! Der Aufzug! Funktioniert anscheinend nicht. Geh! Unglaublich. Das überfließende Wasser treibt den Kran. Raffini. Wir werden im Nu da oben sein. Geschafft. Los, fahren wir mit dem Aufzug. Tyr muss nah sein. Gut. Gedankenspiel. Wie muss sich Tyr in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste. Aber ich würde einfach nur irgendwas bekämpfen wollen. Los, um zu wissen, dass ich es noch kann. Tyr? Oh, was ist hier passiert? Scheu's alle! Scheu's alle! Peter, dear Forza! Achtung! Peter, dear! Das war jedenfalls nicht Tyr. Schauen wir uns um. Er hat es nicht rausgeschafft. Ist das ein Relikt? Hm. Es ist ein Relikt? So, er hat es nicht rausgeschafft. Hey! Von hinten! Er klammert sich an die Wand! Wir müssen ihn runterholen! Ich spüre einen Luftzug. Vielleicht gibt es ja einen Ausgang. Noch eine leere Kammer. Ich würde sagen, vielleicht wird es Zeit... ...sag's nicht. Wir werden ihn finden. Da! Noch eine Tür auf der anderen Seite. Na los! Sauber! Ich glaube, wir sind jetzt höher als bei dem Stopp bei Sindri. Diese Mine ist eine gigantische Spirale. Was ist los? Warum geht das nicht? Die Kette ist blockiert. Ich glaube, ich kann da drin was hören. Ich bin so stark. Ich bin so stark. Obwohl es negative ist. Ich bin so intensified werden. Ich bin so gross. eine statue nicht irgendeine staat dieses steingesicht hing über dem eingang zur welt erlaubt von denen dem großzügigen noch ein droger stehst in flammen aber das wusstest du wahrscheinlich nicht Ja, wir haben beim anderen Loch gegen sie gekämpft. Komisch. Dafür war ich nicht bereit. Noch eine Sackgasse. Wo ist er nur? Atreus, diese Mine wurde aufgegeben. Es ist unwahrscheinlich. Jedes Tier, das weiß ich. Dürlin hat uns zum Eingang der Mine geschickt. Wir müssen nur weitersuchen, bis wir ihn finden. Du sagtest, ich habe das Kommando. Und ich sage, wir suchen weiter. Also hör auf. Sieh dich vor. Ich folge dir, aber ich spreche aus, was ich sehe. Du musst mir nicht zustimmen, aber so wirst du nicht mit mir reden. Verstanden? Jawohl. Verstanden? Ja.